Herzlich willkommen zum neuen Video, dem ersten Video in diesem Jahr bei schönem kalten Winterwetter. Schön eisig, ich hoffe es funktioniert mit dem Ton so ganz gut. Ja, 2021 im Januar, den Bienen geht es gut. Wir haben kaltes Wetter, eigentlich schon seit Weihnachten. Es gibt ungewöhnlich viel Schnee eigentlich, obwohl es eigentlich im Vergleich zu frühen Jahren nicht wirklich viel Schnee ist. Und wie es so ist in der ruhigen Jahreszeit, da setzt man sich mal hin und macht sich Gedanken, wie es so weitergeht. Ich habe mir da vor allem viele Kommentare von euch durchgelesen, die eine oder andere Nachricht, die ich auch über Instagram bekommen habe. Und mal einfach überlegt, wo wollen wir oder was wollen wir in diesem Jahr machen. Was wir in diesem Jahr eigentlich vermehrt machen wollen, ist, ich will euch ein bisschen mitnehmen zu den Versuchen, die ich mache. Also ich mache ja jedes Jahr, die Imkerei ist ja nichts Beständiges, probiere ich zwei, drei neue Sachen aus. Und ja, das habe ich bisher halt für mich gemacht. In Zukunft will ich euch da ein bisschen mitnehmen. Also eine Sache, was ich dieses Jahr wieder machen werde oder versuchen werde mal als Vergleich, ist die Reizfütterung, die Fütterung mit Eiweißfütter. Da wollen wir sicherlich zusammen einen kleinen Versuch machen. Da würde es mich halt jetzt vor allem mal interessieren, was ihr davon haltet, ob euch das interessiert. Schreibt mir das unheimlich gerne bitte in die Kommentare, ob ich euch da mitnehmen soll oder nicht. Dann werde ich mich ein bisschen mit dem Thema Wärmeisolierung beschäftigen. Es gibt ja Bewegungen in der deutschen Imkurschaft, die da sehr, sehr dafür sind. Auch da werde ich mal einen kleinen Vergleichsversuch starten. Auch da möchte ich gerne von euch einfach wissen, ob ihr dabei seid oder nicht. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten gibt es auf dem Kanal jetzt noch die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Das Ganze ist einfach eine Imkursprechstunde, sprich ein Livestream, wo ihr dann dabei seid könnt. Wenn ihr da nicht dabei sein wollt oder sagt, ihr habt keine Fragen, dann braucht ihr da nicht dabei sein. Es ändert sich für euch nichts. Diese Videos sind nach wie vor so zugänglich, wie sie zugänglich sind. Aber es hat sich einfach in der Vergangenheit ein bisschen gezeigt, dass es manche sehr komplexe Fragen haben, die wir eben nicht in der Kommentarfunktion und nicht eben mal kurz per Nachricht lösen können. Und dafür kam halt der Wunsch auch von euch an mich herangetragen, ob man das nicht mit dem Livestream machen kann. Das kann man machen und das habe ich jetzt einfach über die Mitgliedschaft in diesem Kanal gelöst oder erledigt. Ja, ansonsten, wie gesagt, klar wird es auf diesem Kanal auch dieses Jahr sicherlich spannende Videos geben. Also abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, weil wir dann ja so Versuche machen wollen miteinander, wo dann alle weiterbringen, wo auch diskutiert werden dürfen. Das ist ja jedem dahingestellt, wie er imkert. Aber ich zeige euch einfach hier, was ich mache, was ich mal ausprobiere, was ich vielleicht dann auch in die Betriebsweise übernehme. Es ist ja jetzt so, es gibt ja immer viele Ratschläge, aber man muss es sagen, so eine Betriebsweise, die mal funktioniert, die funktioniert erst mal. Klar kann man die immer verbessern, aber ich stelle ja nicht hunderte von Völkern von heute auf morgen einfach rum, nur weil ich was gelesen habe. Das will ich sehen, dass das funktioniert. Das will ich ausprobieren, dass das funktioniert. Und dann, warum nicht, Neuerungen wagen. Ein ganz kritisches Thema, wie gesagt, was ich gesagt habe, ist dieser Wärmehaushalt. Und da bin ich ein bisschen sehr, sehr vorsichtig, dies betreffend, was da in Behauptungen kursiert. Da habe ich mich jetzt auch jahrelang dagegen gewehrt. Ich meine, ich habe das ja auch mal vor Jahren schon mit dem Hans Bär da Kurse besucht oder Vorträge besucht. Also das ist ein bisschen ein Thema, wo schon ewig in mir schlummert. Ich muss dafür aber sagen, die Weltimkerei macht es ja nicht. Und es wäre sicherlich auch in der Weltimkerei vielleicht stärker aufgenommen, wenn es wirklich so große Vorteile hat. Aber ich will da jetzt nicht vorweggreifen. Wir werden das offen und ehrlich probieren. Wenn es einen positiven Effekt hat, werden wir schauen, wie ich das bei mir in der Betriebsweise integriere. Wenn es keinen offensichtlichen Effekt hat, brauchen wir darüber jetzt auch die nächsten Jahre nicht mehr gleich diskutieren. Reizfütterung, genau das Gleiche, sehr kontrovers diskutiert in der Mkerei, sind im Prinzip die zwei großen Themen, die ich mich dieses Jahr mal wieder nähern will. Ich habe das vor Jahren schon mal ausprobiert. Jetzt habe ich ein bisschen eine andere Herangehensweise, eine andere Idee, wie ich es ausprobiere. Also warum nicht und warum nicht mit euch zusammen? Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe ja auch noch eine Liste von Videos, die ihr euch alle gewünscht habt. Auch die werden wir nach und nach abarbeiten. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf ein Jahr mit euch und bin gespannt, was alles passiert. Dann wünsche ich euch erst mal eine gute Überwinterung, alles Gute und eine schöne Zeit. Boah, jetzt bin ich gerade erschrocken, aber ich dachte, hier kommt eine Lawine runter. Ja, gut. Also macht's gut. Ciao.